Nachdenkseiten Die kritische Website Köln und seine Städtepartnerschaften Nichts aus der Geschichte gelernt Von Jens Berger Seit Oktober letzten Jahres hat Köln eine Projektpartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Dnepro. Das ist insofern erstaunlich, da Dnepro seit acht Jahren mit eiserner Hand von einem rechtsgerichteten Oligarchen namens Boris Viterlauf als Bürgermeister regiert wird. Der ließ das Rathaus der Stadt bereits mit den schwarz-roten Flaggen der Nazi-Kollaborateure und Kriegsverbrecher der OUN beflaggen und benannte eine Straße seiner Stadt nach dem umstrittenen Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera. Zugleich froh Köln seine seit 1988 laufende Städtepartnerschaft mit dem russischen Volgograd, ehemals Stalingrad, ein. Projekte, die sich zum Beispiel für sozialmedizinische Betreuung ehemals nach Deutschland verschleppter Zwangsarbeiterinnen einsetzen, sind damit in Gefahr. Anstatt Aussöhnung mit den Opfern der Nazi-Zeit zu betreiben, unterstützt Köln nun Revisionisten, die, diplomatisch formuliert, ein schwieriges Verhältnis zur Nazi-Zeit haben. Hat man am Rhein nichts aus der Geschichte gelernt? Viele Leser werden mit dem Städtenamen Dnipro wenig anfangen können. Das ist kein Wunder, hieß die Stadt doch bis 2016 noch Dnipro-Pitosk. 2015 erließ die Ukraine jedoch ein Gesetz zum Verbot kommunistischer und nationalsozialistischer Propaganda, das jedoch in der Praxis eher genutzt wird, um sich mit teils skurrilen Aktionen von den Überbleibseln der Sowjetzeit zu befreien. 1926 wurde das ehemals zu Ehren der russischen Zarin Katharina benannte Ekaterinoslav in Dnipro-Pitosk umbenannt. Ein Name mit Bezug auf den Fluss Dnipro mit der Endung Petrosk, die auf den heiligen Petrus verweist. Nach Ansicht der ukrainischen Nationalisten war die im gesamten russischen sowie ukrainischen Sprachraum häufig vorkommende Endung, jedoch ein Bezug auf den ehemaligen Vorsitzenden des obersten Sowjets der ukrainischen SSR, Rigori Petrovsky. Also wurde die Stadt 2016 auf Beschluss der Radar hin in Dnipro umbenannt. Bei dieser politisch eher unverdächtigen Umbenennung sollte es nicht bleiben. Nach der Machtübernahme antirussischer Kräfte und der Beteiligung rechtsextremer Parteien infolge des Maidan-Putsches stehen in Dnipro vor allem Erinnerungen an die Zeit im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Besatzern kooperierenden ukrainischen Nationalisten der OUN hoch im Kurs. So wurde beispielsweise 2019 in Dnipro die ehemalige Babushkin-Straße in Schuchewitsch-Allee umbenannt. Der alte Namensgeber Ivan Babushkin war ein russischer Revolutionär und Berater von Lenin, der 1906 von den Zaristen erschossen wurde. Der neue Namensgeber ist hingegen politisch deutlich brisanter. Roman Schuchewitsch war ein radikaler ukrainischer Nationalist und Mitbegründer der OUN. Vor dem Zweiten Weltkrieg agierte er als, wie man es heute sagen würde, Terrorist in der damals zu Polen gehörenden Westukraine. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion durch Deutschland schloss sich Schuchewitsch der Legion ukrainischer Nationalisten, dem zur Wehrmacht gehörenden Bataillon Nachtigall an und kämpfte dort als Offizier an der Seite von SS und Wehrmacht. Allein in Weißrussland soll Schuchewitschs Bataillon etwa 2000 Partisanen getötet haben. Er selbst soll dabei die Morde angeordnet und die Säuberung der Westukraine koordiniert haben. Und nach diesem Kriegsverbrecher und Massenmörder werden in der Ukraine Plätze und Alleen benannt? Nicht minder problematisch ist die erst im September 2022 in Mipro vollzogene Umbenennung der ehemaligen Otto-Schmidt-Straße in Stepan-Bandera-Straße. Otto Juljevic-Schmidt war ein russischer Polarforscher. Über Stepan-Bandera wurde auf den Nachdenkseiten bereits einiges geschrieben. Wer eine historische Einordnung Banderas und des Kultes um ihn bei den rechtsgerichteten ukrainischen Nationalisten sucht, dem sei der verlinkte lesenswerte Aufsatz des Historikers Gregor Shrostelinski Liebe auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung empfohlen. Diese Umbenennung wurde übrigens von Mipros Bürgermeister Boris Filatov persönlich angeordnet. Damit wolle er, so Filatov, ein Versprechen umsetzen, das er seinem Freund, dem Gründer der Bewegung Rechter Sektor, Dimitri Jarosz, gegeben hatte. Der Rechtsextremist Jarosz und sein Rechter Sektor spielten übrigens auch beim Maidan-Putsch, bei dem er die nationale Revolution ausrief, eine Rolle. Dass er nicht eben als Freund westlicher Werte gilt, belegen Zitate wie dieses. Amnesty International waren schon immer Arschlöcher und Parasiten. Und wieder haben sie bewiesen, dass sie die Rechte von Nichtmenschenbesatzern, Plünderern, Vergewaltigern verteidigen. In Deutschland würde man wohl sagen, Filatov habe ein Problem mit der Abgrenzung zum rechten Rand. Aber das wäre gehörig untertrieben, bewies eben jener Filatov doch immer wieder eine ausgesprochene Nähe zu Rechtsextremisten. So ließ er 2009-10, als rechtsextreme Kämpfer das Bandera-Jahr ausriefen, vor dem Gebäude der regionalen Staatsverwaltung die rot-schwarzen Flaggen der Bandera-Organisation hissen. Am 1. Januar 2020, dem 111. Geburtstag Banderas, fand mit Filatovs Genehmigung in der Innenstadt von Mipro ein großer Fackelmarsch zu Ehrenbanderas statt, auf dem ebenfalls rot-schwarze Flaggen gehisst wurden. Filatov macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er selbst grüender Anhänger Banderas ist. Dass Kölns parteilose von den Grünen und der CDU unterstützte Oberbürgermeisterin Henriette Rehker diesen Mann empfing, ihn ins Gästebuch der Stadt Köln schreiben ließ und mit ihm gemeinsam eine Projektpartnerschaft der Städte Köln und Mipro verkündete, ist ein Skandal. Ein Skandal, über den in der sonst so geschwätzigen Kölner Lokalpresse jedoch nicht geschrieben wird. Auf Unwissenheit kann man auch hier nicht plädieren. Die hier genannten Sachverhalte waren zum Zeitpunkt des Kölner Ratsbeschlusses allen bekannt. Die Besiegelung dieser Partnerschaft ist umso erstaunlicher, da laut Bekanntgabe der Stadt Köln auch das Auswärtige Amt mit einbezogen wurde. Der Beschluss wurde vom Rat der Stadt Köln übrigens einstimmig gefasst. Offenbar hat man in Köln kein Problem mit Rechtsextremisten, solange sie auf der richtigen Seite stehen. PS Die Stadt Köln hat ihre Städtepartnerschaft mit Volgograd übrigens mit der Begründung auf Eis gelegt. Man könne keine Partnerschaft mit einem Land pflegen, das einen Angriffskrieg führt. Köln hat auch Städtepartnerschaften mit Indianapolis, USA, Liverpool, Großbritannien und Tel Aviv, Jaffa, Israel. Während der Angriffskriege dieser Länder gab es noch nicht einmal eine Diskussion über die Pausierung der Städtefreundschaften. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.